Herz zerreißend! Immer noch so stolz auf unsere Jungs! Es war ein historisches Fußballspiel. Nach 28 Jahren stand die englische Nationalmannschaft endlich wieder im Halbfinale der Fußball-WM. Auch die britische Schauspielerin Kate Beckinsale, 44, Pearl Harbor, fieberte mit Freunden und Familie mit und rückte von der heimischen Couch aus die Daumen. Als dann in der Nachspielzeit die Kroaten das Spiel für sich entschieden, war das Entsetzen groß. Die schockierten Gesichtsausdrücke in ihren Instagram-Post sprechen für sich. Wir fühlen mit ihr, Kate! Untertitelung des ZDF, 2020